The Horace Heresy Gefallene Engel von Mike Lee Gelesen von Tom Jacobs Prolog Treue und Ehre Keine Posaunen verkündeten ihre Rückkehr. Keine jubelnden Mengen hießen sie zu Hause willkommen. Sie erreichten ihre Heimat Kaliban in tiefster Nacht, gefolgt von düsteren Wolken eines Herbststurms. Eines nach dem anderen durchstachen die Positionslichter ihrer Landungsschiffe die Dunkelheit beim Anflug auf den Landeplatz. Einige Augenblicke lang beleuchtete das scharfe gelbe Licht der Scheinwerfer die schwarzen Rümpfe der Stormbirds, die das Emblem des geflügelten Schwertes trugen, das Zeichen der ersten Legion des Imperators. Die Piloten der Angriffsschiffe ließen die Schubdüsen aufheulen und setzten zwischen wirbelnden Wolken aus zischendem Dampf auf der Landefläche auf. Sekundenbruchteile später schlugen Sturmrampen mit eisernem Scheppern auf den Permabeton. Der schwere Schritt gepanzerter Füße folgte und breitschultrige Riesen traten aus dem wallenden Nebel. Der Regen peitschte an die gerundeten Platten der schwarzen Servorüstungen der Dark Angels und durchnäßte die weißen Gewänder der Kriegeranwärter. Hier und dort mischte sich ein verschwommenes, blutrotes Licht aus dem Okular eines Helms in die Dunkelheit, doch die meisten Astartes-Krieger setzten sich ungeschützt dem Unwetter aus. Der Regen perlte von strengen Brauen und runden Wangenknochen, von glänzenden Datensteckern und geschorenen Köpfen. Ihre Gesichter waren ausnahmslos hart und reglos, wie in Fels gehauen. Die Astartes-Krieger bewegten sich zum abseitigen Ende des Permabetons und stellten sich, die Bolter in Vorhalt, in stummen Reihen den Stormbirds gegenüber auf. Keine stolzen Banner wehten über den dicht zusammengerückten Kriegern, keine kühnen Champions in Zeremonialrüstung und meisterhaft geschmiedeten Schwertern führten sie an. All diese Ehrenzeichen hatten sie bei ihren Stammorden zurückgelassen, die noch immer mit dem Primarchen und der vierten Expeditionsflotte bei Saros kämpften. Ihre Rüstungen waren poliert, aber schmucklos. Nur wenige zeigten die Narben von Kampfschäden, die auf der langen Reise ausgebessert worden waren. Seitdem sie Kaliban für den Kreuzzug des Imperators verlassen hatten, waren sie nur in einer Hand voll Feldzügen eingesetzt worden. Einige von ihnen waren noch immer ohne jede Kampferfahrung, als der Befehl zur Rückkehr nach Hause gekommen war. Mit rörenden Schubdüsen erhoben sich die Stormbirds schwerfällig in die Luft, um für weitere Landungsschiffe Platz zu machen, die sich aus der eisengrauen Wolkendecke näherten. Die Zahl der heimkehrenden Krieger wuchs, und sie nahmen bald die gesamte Nordseite des Landeplatzes ein. Die Schiffe flogen über vier Stunden lang in ständiger Rotation, bis das gesamte Kontingent auf der Oberfläche des Planeten gelandet war. Vier Stunden, in denen die versammelten Krieger in völliger Stille wartend zusahen, schwerblütig und unbeweglich in Wind und Sturm, die um sie wüteten. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang setzte der letzte Transporter auf. Fast unmerklich spannten sich die Reihen der Astartes-Krieger, und die Krieger unterbrachen ihre Meditationsroutinen, als die Kufen der letzten vier Stormbirds den Boden berührten, die Rampen sich öffneten und die Passagiere ausstiegen. Als erstes kamen die Verwundeten, Astartes-Krieger, die bei den Kampflandungen auf Sarosch schwere Verletzungen davongetragen hatten, auf Graf tragen und in Begleitung aufmerksamer Apothekarii der Legion. Ihnen folgte die Ehrengarde, bestehend aus den dienstältesten Kriegergeweihten des Kaders und angeführt von Bruderskriptor Israfael, dessen mürrische Züge unter der weiten Samitkapuze kaum zu erkennen waren. Jeder der Astartes-Krieger in der Ehrengarde trug ein Gewand, das in den Farben von Rubinen, Saphiren, Smaragden, Adamantium oder Gold gesäumt war, je nachdem, welchem der höheren Mysterien er geweiht war. Jeder bis auf einen. Zahariel folgte Bruder Israfael mit zehn Schritten Abstand, den Kopf wie sein Mentor von der Kapuze verhüllt und die Panzerhandschuhe in den breiten Armen verborgen. Er fühlte sich unter den großen Kriegern und erfahrenen Geweihten unwohl und fehl am Platz, doch Israfael war unerbittlich gewesen. Ihr habt auf Sarosch alle gerettet, hatte ihn der Skriptor an Bord der Kalibarns Zorn erinnert, sogar den Primarchen. Und momentan verbringt ihr mehr Zeit mit Luther als wir alle zusammen. Wenn ihr keinen Platz in der Ehrengarde verdient, dann tut es keiner von uns. Die Ehrengarde schritt hinter den verwundeten Brüdern, die behutsam an den Reihen wartender Dark Angels vorbeitransportiert wurden, bevor sie den Weg zu Alderux ausgedehnten Medikei-Stationen einschlugen. Israfael ließ die Garde vor den versammelten Astarteskriegern halten und auf einen gemurmelten Befehl hin präzise kehrt machen. Zwölf Stiefel krachten im Einklang auf den regennassen Permabeton und alle Dark Angels nahmen Haltung an. Der Regen trommelte auf Zahariels Kapuze, die sich immer schwerer an seinen rasierten Kopf legte. Auf der anderen Seite des Landeplatzes senkte sich mit dem leisen Zischen der Hydraulik die Laderampe eines weiteren Stormbirds. Rötliches Licht ergoss sich aus dem Innenraum in die stürmische Nacht und warf den langen, kriegerischen Schatten einer einzelnen gerüsteten Gestalt auf den versenkten Boden. Plötzlich ließ der Regen nach und der heulende Wind flaute ab, ganz so, als würde der Himmel den Atem anhalten. Luther war nach Kaliban zurückgekehrt. Der ehemalige Ritter trug eine strahlende, schwarz-goldene Rüstung nach kalibanischer Art statt des größeren und massigeren Kreuzzugsschemas der Astarteskrieger. Ein Kampfschild aus Adamantium mit dem Abbild eines Kalibanwürms war am linken Oberarm des Ritters befestigt. Die rechte, dunkelgrüne Schulterplatte zeigte das Flügelschwert der ersten Legion des Imperators. An der linken Hüfte trug Luther den furchteinflößenden anderthalb Händer Dämmerung, ein Geschenk von Lion L. Johnson aus glücklicheren Tagen. In einem Holster steckte seine Pistole, der man ihren Gebrauch in Kalibans von ungeheuern verseuchten Wäldern ansah. Ein mit Flügeln verzierter Topfhelm verbarg Luthers Gesicht und ein schwerer schwarzer Mantel wehte hinter ihm, als er entschlossen auf die versammelten Zuschritt. Alle Blicke hafteten auf Luther, der genau zwanzig Schritte vor den Astarteskriegern stehen blieb und sie mit glühendem, hartem Blick musterte. Obwohl er viele der gleichen körperlichen Augmentierungen erhalten hatte wie Zahariel und die anderen, war Luther zu alt gewesen, um wie sie von der Gensaat profitieren zu können. Sie überragten ihn um Haupteslänge, aber seine bloße Ausstrahlung füllte den Raum um ihn und ließ ihn viel größer erscheinen, als er wirklich war. Selbst Israfael, ein gebürtiger Terraner, schien von der Präsenz des Stellvertreters ihres Primarchen beeindruckt zu sein. Luther war einer jener Männer, wie es sie nur einmal in tausend Jahren gibt. Ein Mann, der ganz Kaliban unter seiner Führung vereint hätte, wenn da nicht eine noch heller strahlende Lichtgestalt gewesen wäre, Lionel Johnson selbst. Luther betrachtete die Astarteskrieger noch einen Moment und nahm dann seinen Helm ab. Ausgeprägte Wangenknochen und eine Adlernase beherrschten seine gut aussehenden kantigen Züge, aus denen dunkle, stechende Augen wie polierte Obsidian blitzten. Das pechschwarze Haar war kurzrasiert. Donner dröhnte aus Süden, und der Wind erwachte wieder zum Leben. Unter einem kalten Regenschleier wandte Luther das Gesicht zum Himmel und schloss die Augen. Sahariel meinte, zwischen den Tropfen ein Lächeln über sein Gesicht huschend zu sehen. Der Regen wurde wieder heftiger und prasselte unnachgiebig auf sie nieder. Sahariel sah Luther tief einatmen und den Blick wieder auf die angetretenen Truppen richten. Diesmal grinste er breit und kameradschaftlich, doch Sahariel erkannte, dass dieses Lächeln nicht bis zu den Augen reichte. »Willkommen zu Hause, Brüder!« drang Luthers Stimme mühelos durch den Regen und den Wind. Die Astarteskrieger in den ersten Reihen lachten etwas betreten. »Verzeiht, dass ich euch kein großes Festmahl versprechen kann, wie es die fahrenden Ritter alter Zeiten erwartet hätte. Mit etwas Glück und Mut mag uns ein schneller Ausfall in Meister Luwins Küche gelingen, damit wir von frischer Kost gestärkt unser Tagwerk beginnen können.« Lachend erinnerten sich viele der Dark Angels an Luwin, den aufbrausenden Gewaltherrscher über die Küchen des alten Aldoruk. Auch Sahariel musste lachen, als er an seine Tage unter den anderen Anwärtern in den Hallen und Höfen der Festung zurückdachte. Zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch von Saros freute er sich darauf, Aldoruk wiederzusehen. Noch bevor das Gelächter gänzlich verklungen war, nahm Luther den Helm unter den rechten Arm und nickte seiner Ehrengarde zu. »Also gut«, sagte er, »dann sehen wir mal, wie sehr sich der alte Felsen verändert hat, seit wir das letzte Mal hier waren.« Ohne ein weiteres Wort warnte Luther sich ab und ging mit hocherhobenem Kopf in Richtung der Zufahrtstraße, die vom Landeplatz wegführte. Sofort setzte sich auch seine Ehrengarde hinter ihm in Marsch. Einen Herzschlag später begann der Boden unter hunderten gepanzerten Füßen des Kaders zu zittern, als dieser seinen Marsch in Richtung der Festung aufnahm. Luther schritt der Kolonne voran wie ein siegreicher Held, dessen Rückkehr kein Exil, sondern ein Triumphmarsch war. Eine große schauspielerische Leistung, musste Sahariel zugeben, fragte sich aber, ob auch nur einer der Brüder darauf hereinfiel. Offiziell waren sie nach Kaliban zurückbeordert worden, um ihre Reihen mit den dringend benötigten neuen Rekruten aufzufüllen, während der große Kreuzzug in die nächste Phase ging und der Imperator neue Aufgaben für sie fand. Der Löwe hatte erklärt, dass erfahrene Krieger in der Heimat für die Ausbildung neuer Kämpfer gebraucht wurden. Eine Namensliste war zusammengestellt und in der Flotte ausgegeben worden. Nur etwas mehr als eine Woche nach dem Beginn ihres ersten Feldzugs waren Sahariel und über 500 seiner Brüder insgesamt mehr als ein halber Orden wieder abkommandiert worden. Die Nachricht hatte sie alle wie ein Schlag getroffen. Das hatte Sahariel in den Augen seiner Legionsbrüder gesehen, als sie sich vor der langen Reise zurück nach Kaliban auf dem Verladedeck versammelt hatten. Wenn die Legion so dringend Krieger brauchte, warum wurden sie dann von der vordersten Front abgezogen? Rekruten auszubilden war eine Aufgabe für die älteren, weiseren Männer, die jenseits ihrer körperlichen Höchstform waren. So war es seit Generationen auf ihrer Heimatwelt gewesen. Es war niemandem entgangen, dass beinahe alle der Astartes-Krieger, die heimgeschickt wurden, nicht von Terra, sondern von Kaliban stammten. Paradoxerweise überzeugte sie die Ankündigung, dass Luther höchstpersönlich die Leitung der Rekrutierungsbemühungen übernehmen würde, endgültig davon, dass etwas nicht stimmte. Luther war jahrzehntelang Johnsons rechte Hand gewesen und zum stellvertretenden Befehlshaber der Legion aufgestiegen, ohne selbst ein Astartes-Krieger zu sein. Er hatte nichts bei der Ausbildung von Grünschnäbeln in Aldoruk verloren. Luther wurde einfach so weit wie möglich vom Löwen fortgeschickt und der Rest des Kaders musste ihm ins Exil folgen. Sie befolgten ihre Befehle, ohne zu fragen oder zu zögern, so wie man es sie gelehrt hatte. Aber Sahariel konnte die Zweifel sehen, die in jedem seiner Brüder Wurzeln geschlagen hatten. Was haben wir getan? Womit haben wir ihn enttäuscht? Doch Luther gab den Astartes-Kriegern wenig Gelegenheit für Spekulationen. Sobald die Kalibans Zorn in den Warp eingetreten war, hatte er ihren Tagen ein eisernes Gitter aus Ausrüstungswartung, Kampftraining und Bereitschaftsübungen übergestülpt und so ihre Musestunden auf ein absolutes Minimum reduziert. Allem Anschein nach nahm der stellvertretende Befehlshaber die Anordnung seines Primarchen wörtlich und wollte seinen Auftrag bestmöglich erfüllen. Wenn er nicht gerade Waffen und Gerät inspizierte oder die Übungen beaufsichtigte, arbeitete er, in seinem Quartier abgeschottet, an einer Neuauflage der Ausbildungspläne auf Aldoruk. Sahariel wurde genauso auf Trab gehalten wie die anderen. Aber statt wie seine Brüder in den Routinen von Inspektionen und Drill zu stecken, übte er sich häufiger unter Bruderskriptor Israffaels Anleitung in der Anwendung seiner psionischen Kräfte oder diente Luther als inoffizieller Adjutant. Der Befehl dazu war kurz nach Beginn der Reise gekommen. Luther brauchte einen Assistenten beim Aufsetzen der Richtlinien für die neue Ausbildung und zur Organisation der Reise.